Reserve ist das da? Ja, so Zucker, oder? Möchte ja nicht mal eine Schwanenfeder finden. Sylvia hat da eine Schwanenfeder und sein Fahrrad hinten dran. Wenn jemand schon verlieren wird, wo die Gleis ist. Ja, da kannst du ja mal runtergehen, wo die große Gleis ist da. Da gehen sowieso immer rum. Ja, will noch die anderen, die Taubenhaucher will ich noch. Die Haubentaucher. Da vorne die Haubentaucher. Ja, ja. Guck doch mal, wie der ab von seinen Geschwisterchen da sieht. Na ja, na. Wie süß. Oh, ich bin so verzaubert. Oh. Ja. Rob. CDU.